Portal 2 mit mir und Asakrai! Das ist das erste Mal, dass wir den Spaß überhaupt spielen und los geht's. Wir stürzen uns gleich ins Spiel, geht gleich los. Bis zum nächsten Mal. Ja, herzlich willkommen zu Portal 2. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Winkel. Die Folgen verschwinden von euch Teamarbeit. Nein, das Spiel hat Ingame Boys zum Dreck. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Äh, ja ich weiß. Äh äh ... Achso. Äh ... Gut, Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Spiele bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblings-Element des Periodensystems aus. Kommt der Ping-Tool. Was ist denn so ein Team? Ja. Titan. Titan ist fett. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Mach ich. So, warte mal kurz. Ich muss mal jetzt hier... Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wie das Portal platziert werden soll. Audio. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Push-to-Talk. Zeigt mir mithilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. So, du musst auch noch Push-to-Talk irgendwie einstellen oder so. Äh, ausstellen. In den Audio-Optionen. Dann können wir gleich loslegen. Push-to-Talk, ja. Also Open-Mic aus. Ja, Push-to-Talk an. Ja, hab ich. Okay, dann legen wir los. Hallo. 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 Du bist ja nicht der kleine Dicke. Äh, ich hab's schon gesehen. Hahaha. Ist das geil, ey. Blue, Portale funktionieren nur auf weißen, portalfähigen Flächen. Mhm. Na gut. Hallo? Orange erhält zuerst ein Portal-Gerät. Wie bist du reingekommen? Na, du musst, ähm, dem Ping, deinem Partner, das ist jetzt der Computer, musst du jetzt zeigen, wo er das Portal platzieren soll. Ach so. Mit F. Ah, okay. Da hab ich hier am Rand ein Portal gemacht und über dem Portal-Gerät ist so eine schräge, da hab ich das zweite gemacht. Ah, sehr gut. Blue hat nun ein Portal-Gerät. Endlich. Endlich. Haut dich besser. Jedes Portal-Gerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Cool. Wo bist du hin? Ich bin irgendwann immer noch neben dir gewesen. Ich seh auch noch deine beiden Portale. Kalibrierung Gewicht Blue. Ich hab dir jetzt die Tür hier aufgemacht. Du musst nur weiterkommen. Ja, ich seh dich überhaupt noch. Ach da. Hier bin ich, genau. Du musst jetzt weitergehen, ich hab dir hier grad hinten die Tür aufgemacht. Ja. Mit deinen komischen Stelzen. Kalibrierung Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Yeah. Awesome. Hui. Ja, komischerweise läuft das gerade ein bisschen komisch. Obwohl ich 60 Frames habe. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme dann sehen wird. Schauen wir mal. Erstmal hier durch. Das P-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Du musst mir wieder hier irgendwo eine Tür aufmachen, glaube ich. Mhm. Da oben vielleicht. Da hast du jetzt hingepinkt, ne? Ja. Äh, ja, gute Frage. Schon super überfordert und gescheitert. Äh, ja. Hm. Warte mal, kannst du nicht... Warte mal, komm mal her. Komm mal wieder her. Ja? Du musst hier hinschießen, wo mein blaues Portal ist. Und dann auf der anderen Seite kannst du doch auch hinschießen. Ja. Dann kann ich hier durch. Genau. Und dann gehe ich hier lang. Man muss hier aktivieren. Genau. Da ist ein Würfel. Ach, eh. Ja, Treffen ist natürlich eine eigene Kunst. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Deine Gewichtsabweichung liegt über oder unter der Norm. Push mal den Button da. Hehe. Nee, 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 nee. Push mal nochmal den Button. Nochmal? Mir gibt's nicht, ne? Doch. Weil ich muss irgendwie das Ding da rüberkriegen. Ich komme da so hier nicht durch das Gitter durch. Ja, da musst du die Würfel wieder reinschmeißen, ne? Nein. Oh, kann niemand Orange neu montieren? Hehehehe. Hä? Achso, ich hab wohl, weil ich gerade einen neuen gemacht habe, ne? Ja, kann sein. Aber jetzt muss ich den Würfel mitnehmen, ne? Ja, eben. Kann ich den auch da rüber schießen, ne? Ich glaube, du kannst ihn werfen. Mit E. Oder? Nee, der ist ja abgesoffen. Hier kommt ein neuer. Oh, der ist auch abgesoffen. Hier kommt ein neuer. Oder soll ich dir den drüber gehen? Das kann natürlich auch funktionieren. Gut. Ja, und jetzt gebe ich ihn dir hier rüber, genau. Muss jetzt durch das, durch das Kraftfeld, genau. Ja, man muss hier zusammenarbeiten. Mit, 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 mit. Dankeschön. Hm. Und jetzt? Musst du dich da vielleicht draufstellen? Oh. Hinter dir. Na, hab ich ja schon. Deswegen, wirst du, konntest du ja da rüchten. Machst du. Achso. Nee, hier geht's nicht mehr durch. Hier kann ich ein Wort mehr machen. Hier, mach mal, mach mal hier eins und da oben. Warte? Jetzt. Ah, ja, sehr gut. Und da, da werden ja genau. Also hier noch. Schön schön. Danke. Ah, sehr gut. Endlich. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Ihr habt als erste Roboter die Kalibierung geschafft. Ui. Ui. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. High five. High five. Klop. Wir wurden auseinandergebaut. Run, run, run. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Und damit geht es los von der neuen Folge Portal 2 mit mir und Asakrai. So jetzt läuft es auch besser irgendwie, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Oh da stehen sogar die Schritte oben, guck mal. Warte mal, das Spiel ist gerade noch einmal laut. Ich muss jetzt mal leiser machen. Äh, Lautstärke. Mal so Hälfte. Hälfte ist gut. Muss ich auch nicht so schreien. So. Schon besser. Dann werden wir jetzt demontagiert, ja? Ja. Du bist auseinandergebaut worden. Ja, du nicht, ne? Nein. Begib dich aufs Schlafband. Du bist zu fett. Nein. Doch. So. Diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. In dem Einsatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Fertig. Ja. Okay. So, das ist also jetzt Mission eins von sechs und ja, es geht weiter, ne? Oder wat? Oder wie? Oder wat? Jaaaah! Noooo! Wooo! Nooo! Da geht doch nicht. Aber da geht. Moppel. Hui. Oh, das war noch nicht so ganz wichtig. So, jetzt musst du gehen. Nju. Ua. Nein. Au. Du Sau. Geh weiter. Du musst durch die Tür gehen, du. Bad Bot. Ja, aber da muss auch einer durch die Tür. Ja. Ich glaube, du musst hier hinterher. Hier ist nämlich auch ein Schalter. Aber... Mal gucken. Achso, warte, ich kann hier sonst hier ein Portal aufmachen. Hi. Ich glaube, wir müssen hier nochmal zurück. irgendwie in den anderen Raum. Jetzt ziehe ich mich nicht mehr durch. So, warte mal. Ah! Ich hatte mir doch nicht vor die Füße im Portal liegen. So, jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir nicht da drüben irgendwas hinschießen irgendwo? Nein, wir müssen ja durch... Hm. Wo bist du denn jetzt? Hä? Warte, ich mach dir das mal da hin. Ja, Sau. Los, komm. Orange erhält fünf Kollaborationspunkte. So, wie komm ich jetzt da rüber? Keine Ahnung. Ich glaube, du hättest auch hier ein Portal machen müssen und jetzt da drüben eins machen müssen. Komm, dann mach mal nochmal auf hier. Kommst du zurück? Nee, ich muss nochmal auf den anderen da gehen. Achso, warte. Okay, dann musst du nochmal zurück, genau. Machst du mir dann das andere Portal hin? Wo hättest du gerne ein Portal? Na, na da an der Wand. Neben meins. Genau. So, und jetzt komme ich hier zurück. Und geh durch dein Portal. Mit dir. Dann sind wir beide hier. See? Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Nö. Vergesst nicht. Wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Ja, der nächste Lauter Screen. Sehr gut. Es wird Knüffeliger. Knüffeliger? Knüffel, 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 Knüffel. So, weiter geht's. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Mhm. Achso. Muss ich jetzt hier? Warte mal, lass mal in das Portal, damit ich durchkomme. Ja. Aber. Genau. Und jetzt, warte, 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 warte. Jetzt. Geh durch. Cool. Ja. 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 Guten Tag. Was passiert, wenn ich hier drücke? Achso, man muss innerhalb von einer bestimmten Zeit. Ach, da oben sind noch Knöpfe. Da oben, naja, dann die Anzeige. Also müssen wir in der Zeit alle Knöpfe drücken, ne? Ja, ne? Ja, ich hab gedrückt. Ich auch. So, ich hab auch gedrückt, wieder. Ich auch. Meine. Hier, hier. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Nee. Glaubst du doch wohl selber nicht, Junge. Ja, sichi. Ja, sichi nicht. Ich seh viel geiler aus, vor allen Dingen. Hm. So aerodynamisch. Sieht aus wie ne Pflaume, Junge. Insofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Gegenseitiger Respekt. Das hat irgendwie gepasst gerade. Hier, zu dem Laser. Zu dem Laser. Oder? Gleich sterbe ich, ne? Hm. Passiert nix. Doch, du kannst ihn umlenken, oder? Ja. Achso. Achso. Ja, und dann durchs Portal. Du musst hier noch ein Portal brauchen, ne? Sauber. Sehr gut. Guten Tag. Mal selber Geschichte. Ich gucke mal den Button, mal gucken, was passiert. Das und wirf es, ne? Äh, haben wir hier irgendwo ne Fläche? Dann sehen wir noch nen zweiten. Und dann müssen wir mit denen, ja. Genau. Hä, aber damit kannst du durchschießen? Was? Monster. Die gehören zu uns. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Kriegen wir noch nen zweiten? Wieso? Ne, weil wir sonst nicht, ne. Weil wir sonst nicht zu dem Ding da kommen. Hm. Oder doch, warte. Watt, wie, wo, wann, watt? Ich zieh den mal gleich unter dem Laser. Und dann in Richtung des Portals. Achso, von dem gelben. Ja. Gut. Aber, hier kommen wir nicht durch. Doch. Oder? Ne, sonst lass mich mal erstmal... Warte, 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 warte. So, und jetzt müssten wir das ja alles ausmachen können. Einfach rüberspringen. Na gut. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Test-Car. Ja, ruhig bleiben da hinten. Ja. Dann nirgst doch. Läuft die geschmiert, Junge. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Hört auf dem Abend. Jungs, ich weiß nicht.